Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute eine praktische Nachttischlampe vorstellen, die mit einem Bluetooth-Lautsprecher ausgestattet ist. Ihr hört hier auch schon, der Sound läuft hier. Mit einer gut lesbaren Displayanzeige hier unten. Ihr seht es hier, da bekommt ihr zum Beispiel hier, wie ihr sehen könnt, hier die Uhrzeit, dann seht ihr hier das PT-Zeichen für Bluetooth, dass ich damit verbunden bin. Und hier nebendran haben wir einen Wecker eingestellt, den wir aber dann zusammen nochmal einstellen und dann zeige ich euch nochmal, wie das Klingteil ist und wie das hier bedient wird. Die einzelnen Bedienfelder befinden sich hier auf der unteren Seite. Einmal hier oben für den Lautsprecher. Und hier unten die einzelnen Bedienelemente für den Wecker, den Ein- und Ausschalten des Weckers. Hier die Einstellung für den Wecker. Dann habt ihr hier die Uhrzeit, die ihr einstellen könnt. Und hier einen Schlaftimer, das heißt, ihr könnt hier von in 10 Minuten Takten bis 2 Stunden einstellen, wann der Lautsprecher sich ausschalten soll. Also auch das Licht ausgehen soll, wenn ihr dann ungefähr schläft in 20 Minuten ein, dann stellt ihn auf 30 Minuten, dann schaltet er sich ab. Je nachdem wie ihr das wollt. Er wechselt auch seine Farben. Die werden einfach hier oben per Touch bedient. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, das ist jetzt ein Modi, wo er die Farben dann selbstständig wechselt. Können wir hier so anschauen. Beklang der Lautsprecher ist ganz okay. Dafür, dass es eine Nachttischlampe sein soll und kein Disco-Lautsprecher, sage ich mal. Ist auf jeden Fall ausreichend. Ich würde sagen, wir stellen hier einfach unten mal den Wecker ein auf 20 Uhr, machen wir mal 42, ganz schnell. Dabei gehe ich hier drauf. Jetzt sehe ich, jetzt blinkt es hier. Ich drücke nochmal, weil das passt. 20 Uhr ist in Ordnung. So, jetzt kann ich hier dann die Minuten einstellen. Das mache ich dann mit den oberen Tasten. Und da gehe ich jetzt hier einfach auf 42 und bestätige das hier auch nochmal. So, jetzt ist es abgespeichert und um 20 Uhr 42 sollte dann der Wecker starten. So, das Ganze könnte ich natürlich hier auch ausschalten, das Ganze. Und die Uhrzeit läuft dann im Hintergrund immer noch weiter. Wird zwar aber hier nicht im Display angezeigt, das finde ich ein bisschen schade. Aber ist nochmal hier bei dem Gerät so. Verbaut ist hier ein 2000mAh Akku, der auch ziemlich lange hält, finde ich, bevor ich ihn wieder aufladen muss. Ihr habt hier auch die Möglichkeiten auch das Gerät anzuschließen und hier eine MicroSD-Karte anzuschließen. Und hier wird er dann aufgeladen. Dann habt ihr hier auch dimmbares Licht. Ich schalte ihn aber jetzt hier kurz komplett aus. So, damit ihr seht, dass er auch aus diesem Zustand bei der richtigen Uhrzeit sich dann startet. Jetzt warten wir mal ein bisschen. Sollte dann auch gleich passieren. Dann hört ihr auch die Standardmelodie des Weckers. Die kann man hier nicht wechseln. Schade. Ob das mit einer SD-Karte funktioniert, also MicroSD-Karte funktioniert, dass er dann die Musik abspielt. Von der Karte habe ich noch nicht probiert. So. Die Musik wird auch immer etwas lauter. So, dass ihr hier oben einfach auf den Touch drauf gehen solltet, um das in den Wecker aufzuschalten. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Geht da drauf. Jetzt schaltet er wieder im Bluetooth-Modus rüber. Und ist jetzt auch wieder mit meinem Handy verbunden. Das war soweit der Wecker. Ihr habt hier dann einen Timer, wie gesagt. Den könnt ihr hier einstellen. Das zeige ich euch hier. In 10 Minuten Schritten. Könnt ihr das alles einstellen. Wann er sich dann... Okay. Nach einer Stunde wird das hier direkt auf 90 und 21 gestellt. Lass ich das jetzt so. So. Nach 10 Minuten. Ihr seht es auch hier im Display. Es ist jetzt hier als Symbol angezeigt. Schaltet er sich dann auch aus. Ähm. Wie gesagt. Ihr habt hier verschiedene Lichteinstellungsstufen. Helligkeitsstufen, die ihr einstellen könnt. Insgesamt 4 Stück. Danach kommt einmal die Farbe Rot. Und beim nächsten Mal. Hier ist der Modus. Wo sich die Farben dann selbstständig wechseln. Ähm. Ja. Von der Bedienung her. Habt ihr gesehen. Es ist ziemlich einfach. Wie gesagt. Es gibt hier nicht. Ähm. Ich kann auch das Licht einfach ausschalten. Und dann. Der Bluetooth läuft natürlich weiter. Die Musik hier. Hier habt ihr einen gummierten Ring. Damit das einfach stabiler am Tisch sitzt. Wenn ihr mal die Musik richtig auftret. Ähm. Wie gesagt. Von klanglich her. Ist das ganze in Ordnung. Es sind 5 Watt Lautsprecher drin. Das reicht für so ein kleines Gerät. Wie ich finde. Vollkommen. Sieht auch ganz schick aus. Ist praktisch. Nicht so schwer. Und. Ja. Sieht auch richtig schick aus. Als Nachttischlampe. Wie ich finde. Ja. Das war es eigentlich soweit. Ihr habt hier auch noch diese Batterieanzeige. Die euch zeigt. Wie lange noch der Akku hält. Hält wirklich ziemlich lange. Okay. Wenn ihr jetzt hier den ganzen Tag Musik hört. Ist das dann auch irgendwann Schluss. Aber wenn ihr hier ein bisschen. Äh. Licht einstellt. Abends. Und dann den Timer einstellt. Damit sich das Würde dann ausschaltet. Hält das locker schon mal eine Woche. Also das ist kein Problem. Ähm. Ich werde jetzt auch hier aus der ersten Modus. Wenn ich hier drauf bleibe. Komplettes Licht wieder ausschalten. Ja. Das war es eigentlich von mir. Ich wollte euch das Gerät einfach mal zeigen. Ein bisschen näher bringen. Ich finde es nicht schlecht. Gefällt mir auch sehr gut. Und hat auch bei uns einen festen Platz neben am Nachttisch. Also auf dem Nachttisch natürlich. Und ja. Das Einzige was mir jetzt gerade noch einfällt. Ist. Sobald er sich dann nach diesen 10 Minuten zum Beispiel ausschaltet. Kommt einmal noch. Äh. Die Stimme Power auf. Das hätte man eigentlich weglassen können. Weil es kann passieren. Dass man dadurch dann kurz wieder wach wird. Und sich denkt. Ja. Was war denn jetzt. Warum bin ich jetzt wach. Das kann euch passieren. Aber sonst nicht weiter schlimm. Es ist erträglich. Aber das hätte man ruhig weglassen können. Wieso das dabei ist. Weiß ich nicht. Tja. So ist das halt. Ich danke euch fürs Zusehen. Und ja. Ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Und das Gerät einfach ein bisschen näher bringen. Und danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.